Hallo zusammen, hier ist wieder Deutscher Lounge und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assos unterwegs und sollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder mal um einen Erkundungserfolg und zwar heißt dieser voll bis oberkante Unterleppe und für diesen müssen wir ja einen Haufen der aufgezählten Getränke besorgen und das natürlich wieder hier zu finden unter Erkunden und dann dementsprechend Battle for Assos. Ja, wir müssen, soweit ich es gesehen habe, die Dinger nur erwerben, aber nicht trinken, aber wir werden sie auch trinken. Von dem her, ne, fangen wir jetzt mal beim ersten an. Wir sind einmal hier in Boralos, direkt hier in dem Hafen und zwar bei den Koordinaten 74-14 und dort haben wir den ersten Händler, wo wir mal was erwerben können. Den Harald haben wir hier und ich kaufe mir jetzt einfach mal alles, was der Harald hier zu bieten hat und wir schauen mal, wie viel wir abgeschlossen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 hatte ich so schon, aber ich werde euch jetzt einfach mal die ganzen Händler zeigen und nichtsdestotrotz hauen wir uns das Zeug auch alles rein hier. Zack, zack, oh scheiße. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. So, okay, wir sind ein bisschen beschwipst. Ich habe mir jetzt in Boralos noch ein paar Marks rausgesucht, wo wir hin müssen und ich würde sagen, wir laufen zum nächsten. Ich schätze mal, dass der unten ist. Na komm, komme ich jetzt nicht mehr über das Ding drüber? So zu bin ich auch noch nicht. So, da hinten haben wir den nächsten Händler und da gehen wir jetzt mal hin. Also wie gesagt, ihr müsst das Zeug nicht trinken, ihr könnt es theoretisch zurückverkaufen, aber wir sind hartgesotten, deswegen hauen wir das raus. Warte, der muss irgendwo hier hinten sein. Der nächste Händler, ah, da haben wir ihn, den Rudi, Rudi-Ratte. Und der verkauft uns auch wieder ein bisschen was. Zack, 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 zack. Wir kaufen jetzt alles. Ich werde jetzt nicht in die Pedulli mich begeben, die Namen falsch auszusprechen. Oh, der will übergeben uns sogar jetzt. Okay, egal, wir machen weiter. Ich hoffe, ihr könnt noch was erkennen. So, jetzt sieht es schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, wir gehen zum dritten Händler, der sich auch in Boralos befindet. Also wir klappern jetzt erstmal alles in Boralos ab und dann gehen wir quasi weiter zu den anderen Gebieten. Denn wir müssen leider ein bisschen reisen. Das heißt, wir müssen auch in die anderen Gebiete von Kulturas. Aber das meiste können wir uns jetzt schon mal hier in Boralos besorgen. Da sind ja einige Händler. Gut, wir müssen jetzt nämlich ein wenig nach oben. Und zwar haben wir hier noch einen Händler. Und dazu, puh, also wenn das, man tut sich, man muss sich ein bisschen anstrengen, dass man noch richtig lauft, weil man schwankt ja ziemlich hin und her. Beziehungsweise hat auch die Problematik, dass man, ja, ein bisschen schlecht sieht mittlerweile. Und ich muss mich jetzt beeilen, weil der Server Restart ist in drei Minuten. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch alle Dinger vorher hier in Boralos mitnehmen können. Moment, ich muss, glaube ich, hier über die Brücke rüber. Und dann einmal hier nach hinten. Und dann schauen wir, ah, schau mal, da hinten, ganz in der Nähe müsste der Händler sein. Oh, hier ist ein Haufen, die mit uns feindlich gesonnen sind. So. Wo haben wir denn den Händler? Da haben wir den. Elmar heißt der, der Händler. Ne, das war der falsche Händler. Wir brauchen nicht den Elmar, wir brauchen den anderen. Jetzt schauen wir mal. Hier haben wir noch einen Händler. China, die verkauft uns Käse. Das wollen wir auch nicht. Der Jens. Ah, schau mal an, der Jens verkauft uns doch was. Ich glaube, wir brauchen den Jens. Kaufen wir mal alles vom Jens. Und dann schauen wir mal, ob hier nicht noch einer ist. Nicht, dass ich jetzt einen vergessen habe. Hier haben wir noch einen. Ne. Ich glaube, damit müssten wir alle haben. Jetzt drücke ich nochmal mein Makro. Nicht, dass ich hier Joseph müsste der eigentlich heißen. Jetzt haben sie den noch einfach eingedeutscht. Und es ist quasi der gute Jens, bei dem ich war. Und ja, das müsste der Jens sein. Jetzt hauen wir uns das auch noch rein. Und schauen wir mal in unser Achievement. Das sieht schon ganz gut aus. Einen haben wir noch in Boralos. Und zwar befindet er sich hier hinten. Und da würde ich sagen, schauen wir mal als nächstes hin. Und ich habe jetzt noch zwei Minuten. Dann, ja, haben wir einmal einen Server Restart. Und dann muss ich quasi warten, bis wir quasi wieder hier ein bisschen weitermachen können. Aber ich denke mal, die Boralos Session, die kriegen wir noch durch. So, dann laufen wir einmal hier hoch. Und zwar hier hinten müsste der sein. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da... Na, ich glaube, ich laufe lieber oben rum. Nicht da an der Seite. Dann schauen wir mal hier rum. Und dann hinten rein. Ah, wo bist du denn? Wahrscheinlich ist er hier in der Schenke. Einmal, was haben wir hier? Taschen und Behälter. Ich glaube, ich bin im falschen Haus, ne? Ja, ich bin im falschen Haus. Oh, eine Minute 30 habe ich noch. Jetzt muss ich mich schicken. Sind wir einmal im falschen Haus. Ich glaube, das hier ist es, oder? Ah, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ah, der sieht so aus, ob er was verkaufen könnte. Aber warte mal. Das kostet 100 Gold. Brauche ich das überhaupt? Äh, das brauche ich, ja. Tatsächlich, das brauche ich. Wir kaufen jetzt wieder alles. Hauen uns alles rein und schauen derweil aufs Achievement. Und ihr seht, ich brauche gar nicht mehr viel, ne? Also ich konnte jetzt wirklich fast alles hier einmal kaufen in Boralos. Ich brauche jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5 Getränke. Und, ähm, wo wir die herbekommen, werden wir uns gleich angucken nach dem Server Restart. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar, wir sind auf dem Anwesen Nordwind. Auf den Koordinaten 49, 25 hier im Tira Gadesund. Und dort haben wir eine nette Dame. Also hier unten ist dieser Reitplatz. Den seht ihr hinter mir. Dort haben wir eine nette Dame. Und die verkauft uns wieder ein paar von den Sachen, die wir brauchen. Und zwar, das brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Dann brauchen wir... Das Skultieren-Ding brauchen wir, oder? Ja, das brauchen wir auch. Komm, wir kaufen uns einfach mal alles, dass wir auf Nummer sicher gehen. Ah, da war sogar noch eins dabei. Und ihr seht, wir brauchen jetzt bloß noch zwei. Also ich muss wahrscheinlich doch gar nicht mehr in alle Gebiete. Ach ja, und der Server ist wieder ab quasi, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal zum nächsten Spot. Der nächste Spot ist im Sturmsangental. Und zwar, hier Sturmsangental. Dann sind wir hier unten etwa auf den Koordinaten 44, 53. Und dort haben wir dann hier am Rande von der kleinen Stadt hier dieses Hütchen. Und da ist eine Werte Emma drin. Und diese Emma verkauft uns das eine noch, was wir brauchen hier. Diese Schildkrötenbrühe. Und ja, dampfende Schildkrötenbrühe holen wir uns. Und jetzt brauche ich bloß noch ein einziges. Und dazu müssen wir dann einmal nach Drustwa. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann sind wir in Drustwa angekommen. Und zwar am letzten Spot hier unten auf den Koordinaten 21, 66. Und hier haben wir eine Händlerin. Und die verkauft uns diesen Wurstmartini. Und, tada, da ploppt's auf. Und das ist die Falknerin Kottner, die uns den verkauft. Achievement haben wir. Warte mal, komm, das hauen wir jetzt in uns rein. Und hauen so ein bisschen die Betrunkenheit drauf. Und jetzt müssten wir alle Erkundungs-Achievements haben. Ja, ich bin einmal durch. Falls da noch nicht alle Videos für raus sind, die kommen definitiv die Tage noch. Und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich wieder ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tala, bis zum nächsten Mal. Ciao.